Wenn ich sowohl Gold Plus Rang, wir haben neue Wartelobbys bekommen, nicht nur in Skywars, sondern in allen Modi. Und zwar seht ihr hier schon, das ist die neue Skywars Lobby und zwar könnt ihr jetzt hier ordentlich was an Cash abstauben. Zudem hat Gun Game auch noch ein Update erhalten. Einen flaschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es mal eine Neuigkeit. Und zwar bin ich sowohl Gold Plus Rang, also danke an Rocco, der mir den Rang sehr zeitnah gegeben hat. Hat keine 24 Stunden gedauert, ich glaube, hat so circa 13 oder 14 Stunden gedauert. Da war der Rang auch schon da. Also Grüße gerne raus an Rocco. Vielen Dank für den Rang. Es werden natürlich weiterhin sehr viele schöne Videos auf dem meinsucht.net-Server kommen. Was man mit dem Rang so alles schönes machen kann, habe ich selbst noch gar nicht alles ausprobiert. Kommt noch, aber es gibt ein Skywars, in Klammern Skywars Update. Nicht ganz Update, sondern ich habe ja den lieben meinsucht.net-Serverkanal auf YouTube abonniert. Den verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Dort könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Dort erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Und die haben wir hochgeladen. Es gibt, wie ihr auch gerade wahrscheinlich schon gesehen habt, Änderungen auf dem Server. Wir haben neue Wartelobbys erhalten. Und ich muss sagen... Danke, ich muss da kurz Fenster zu machen. Verpiss dich, du Anson! Schön, immer wenn ich aufnehmen will. Ihr wollt mich doch hier komplett freien verarschen. Ich komme damit zurecht. Neue Wartelobbys bekommen nicht nur in Skywars, sondern in allen Modi. Ich werde euch alle Modi nicht zeigen, weil ich ja mich hauptsächlich hier auf Skywars spezialisiere. Aber wenn ihr alle sehen wollt, schaut einfach mal auf den meinsucht.net-Serverkanal vorbei. Dort seht ihr alles. Und lasst dort auch mal gern ein Abo. Und die Glocke da, dort erfahrt ihr immer, wenn es was Neues gibt. Nähere Infos, alles in den Games zeigen. Mache ich dann. Aber wenn ihr schon mal so vorweg gern interessiert seid, könnt ihr dort gut mal vorbeischauen. Dort hole ich mir auch immer meine Update-News her. Und ich glaube, hier ist jemand. Ist gerade auch gerade 11.10 Uhr. Das heißt, sind gerade so circa 100 Leute auf dem Server online. Und da ich hier jetzt dank dem Gold-Plus-Rang ein Join-Me habe, kann ich zum Glück jetzt auch schon aufnehmen. Danke, Mann! Das hilft natürlich extremst bei den Aufnahmen und bei Zeitsparen. Arschgeil, Digga, toll. Ja, verwürf ruhig deine Ender-Perle. Ach, Mann. Warum? 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 Und? Tschüss, 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 tschüss. Runter, runter, runter. Oh, sehr gut. War schon der letzte? Nein. Okay. Aber mal kein Spielverderber. So. Der gleich gelieft ist. wie sonst manch andere. So. Nein. Nein. Ja, ja, ja. So machen wir das hier. Ne, 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 ne. Ah. Ey, ich komme hier nicht hoch. Danke. So, gut. Da haben wir schon mal die erste Runde gewonnen. Frag mich, warum ich gerade überhaupt eine Runde gespielt habe. Ich will doch gar nicht die Runde zeigen. Egal. So, wir gehen nochmal in die nächste Runde rein. Und zwar seht ihr hier schon. Und das ist die neue Skywars Lobby. Und an das Bilderteam echt Props. Sie haben für jeden einzelnen Spielmodus eine komplett eigene Lobby gebaut. Und die haben wir hier nicht nur wie auf Gomme einfach so umgebaut. Zum Beispiel, dass hier zum Beispiel nicht Endstein, sondern zum Beispiel Stein ganz normal ist. Sondern die haben für jede einzelne Modi eine andere, eine andere, andere Lobby gebaut. Und das Props an das Bilderteam haben sie echt gut gemacht. Ich habe selber hier noch fast nichts erkundet. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig schick, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Also Props gehen auf jeden Fall an das Bilderteam raus. Also ich finde die Lobbys hier sehr schön. Ich habe mir noch nicht alle angeguckt. Aber was ich so gesehen habe, sah bis jetzt schon sehr vielversprechend aus. Und für Skywars haben wir hier echt was Schönes hingezaubert. Und damit lässt sich auch wahrscheinlich viel besser ausleben als auf der alten. Weil ich finde die neue einfach viel schöner. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich als Gold Plus Rang alle Kids freigeschaltet? Weil ich habe die ja so aus einer Master Chess schon mal freigeschaltet. Nicht nur die ganzen neuen Wartelobbys sind neu hinzugekommen. Ich rate hier einfach mal runter. Was ich hier noch an Infos entnehmen konnte. Und zwar könnt ihr jetzt hier ordentlich was an Cash abstauben. Und zwar wenn ihr zum Beispiel Spieler seid, Gold Rang, Emerald Rang oder irgendein Upgrade braucht. Dann habe ich jetzt für euch bzw. das Mindsucht Netzwerk was Schönes für euch auf die Beine gestellt. Mit der IP Vorbau. Und dann kommt ihr auf den Vorbau-Server logischerweise und könnt dort einen Plot errichten. Irgendwas kreatives bauen. Und die Top 3 wurden im Video gesagt erhalten. Einen Shop-Gutschein. Also deren Arbeit wird mit einem 50 Euro Shop-Gutschein entwertet. Und damit kann man sich doch einiges holen. Ich habe aber hier noch in den Kommentaren gesehen, dass es hier ein Update gibt. Und zwar, dass nicht die Top genau an die Leute die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie nicht unter die besten 3 Plots kommen. Jetzt werden die Best 10 10 belohnt. Also Top 3 müsst ihr nicht unbedingt sein. Wenn ihr der 10. Platz seid, reicht das auch aus, ob ihr genau diese Belohnung erhaltet. Glaube ich nicht. Aber einen Shop-Gutschein werdet ihr auf jeden Fall erhalten. Also dort mitzumachen lohnt sich auf jeden Fall, wenn man gut bauen kann. Also ich mache da schon mal nicht mit. Zudem hat Gun Game auch noch ein Update erhalten. Die Team-Regel wurde nämlich aufgehoben. Ihr könnt glaube ich jetzt mit unendlich vielen Leuten ein Team. Also wenn ihr ein 20er Team machen wollt oder ein 50er Team, dann könnt ihr das auch machen. Das finde ich hier ziemlich frech von dir. Und ich kann nicht hotkeen. Das hat er aber trotzdem gut gemacht. GG. Also wenn ihr alles ausführlich sehen wollt plus die Wart-Lobbys, dann schaut einfach mal auf den MeinDurchpunkt.net-Serverkanal. Gleich hier im Outro verlinkt. Einfach mal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für das Zuschauen. Haut rein. Ich gucke mal auf die Uhr. Geht die eigentlich echt? Ach, die geht wirklich. Ja, dann sehe ich ja. Die Zeit ist um. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.